Deutsch lernen durch Hören Gewohnheiten Ich wache morgens um 6 Uhr auf. Dann schaue ich auf mein Handy. Darauf gehe ich in das Bad und dusche. Ich ziehe mich an und putze meine Zähne. Danach frühstücke ich. Ich trinke Kaffee mit Milch und ich esse ein Brot mit Butter und Marmelade. Manchmal esse ich auch ein Müsli mit Milch. Danach gehe ich zur Arbeit. Das ist ein guter Start in den Tag. Am Wochenende treffe ich meine Freunde und ich mache Sport. Das sind meine guten Gewohnheiten. Dann gibt es auch meine schlechten Gewohnheiten und die mag ich nicht. Wenn ich abends spät nach Hause komme, bin ich müde. Dann möchte ich keine Freunde mehr treffen. Ich möchte auch keinen Sport machen. Ich möchte auch nicht kochen. Dann bestelle ich Essen beim Lieferdienst. Das Essen ist ungesund. Ich esse Burger mit Pommes, Pizza oder einen Döner. Dazu trinke ich Cola. Ich setze mich dann auf das Sofa. Ich esse und trinke viel. Ich schaue dumme Serien und Filme. Dann fühle ich mich schlecht und ich bin faul. Meine Freunde sagen, du kannst deine Gewohnheiten ändern. Das habe ich versucht. Es war zu anstrengend. Ich habe aufgegeben. Wenn ich müde bin, möchte ich keinen Sport machen. Wenn ich müde bin, möchte ich meine Ruhe haben. Also ändere ich mich nicht. Manchmal braucht der Mensch eine Pause. Also ist es in Ordnung, wenn ich nichts tue. Deutsch lernen durch Hören. Töne Oder 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 Untertitelung des ZDF, 2020